hallo meine lieben freunde und herzlich willkommen zu den ich sag mal letzten zwei folgen von call of duty mit dir herr dreamtags heute noch eine ganz normale reguläre folge und morgen dann die abschluss folge oder übermorgen ich weiß noch nicht wann ich mit dem hochladen hinterher komme ich habe so viel zu reden und zu hochladen zum aufnahmezeitpunkt es ist einfach grauenhaft ja wir wollten ja eigentlich gerade vor einer stunde daisy aufnehmen er also bitte lieber d die sieben liebe entwickler bitte regelt die scheiß serverproblem mehr als ich glaube nicht dass er mit dem das kann ich daran liegen weil bei mir funktioniert selber das muss irgendwas in meinem spiel pc internet mein pc funktioniert und damit was da das kann nichts allgemeines sein weil sonst würde ja bei jedem die server die stangen gezeigt werden aber das problem gibt es schon öfters also mal schauen ich versuche das problem hinzukriegen auf alle fälle gibt es irgendwann mal bald ein lpt und wenn es nicht der sie ist dann halt irgendwas anderes bestimmt doch es wird der sie sein ja aber irgendwie ja abschluss bestätigt hast du gemacht gut ja habe ich also definitiv der ist die lp ja also dingens info zu cod warum die letzten zwei folgen einfach weil wir machen das jetzt schon 40 folgen lang ne jo ich jedenfalls du bist ja noch nicht ganz so lange dabei du hast 20 folgen glaube ich mitgemacht ungefähr schade und ja es ist halt dauernd das gleiche und ich habe mir jetzt vorgenommen weil ich mir den letztens jetzt battlefield geholt habe gibt es fick dich doch ähm gibt es battlefield 4 erstmal das singleplayer also erstmal die story und dann wird es weitergehen mit dem multiplayer mal sehen ob der dreamtext auch irgendwann mal dazu stoßen wird und wenn wird es ein bisschen dauern ja weil ich das spiel ich habe uns auch nicht vor mir zu kaufen genau mal kostet ja auch ein paar steine ja ich sehe gerade verbündete hunde verbündete ja immerhin schon ein kill läuft super ja ja ich will jetzt unbedingt eigentlich auch da sie aufnehmen bei mir geht es ja auch ich könnte spielen aber es bringt mir nicht zu spielen weil da muss ich eh nur ein spiel euch starten das together ja ja das ist nix hat er bei mir ist niemand heute wo sind die denn alle doch bei mir sind schon ein paar und deswegen bin ich schon fünfmal gestorben ich bin ich bin so gut gerade wer hat eigentlich von euch alles dschungelcamp geguckt vielleicht nicht und ich werde mich weigern das zu gucken was aber es ist nicht so gut dann ist nicht nur noch ein bisschen sondern ich werde mich der nächste wurde oder so kurz Prozent Geld hatten jetzt aber kein Geld mehr haben wenn Geld brauchen und da gibt es ja den Windprämie nennen ja Ja, ja, ja. Wow. Ah, Mann. Ah, ich hatte irgendwie ein Visier. Ich glaube, ich bin gerade nur so deprimiert wegen der Sie. Ja. Ah, Mann. Ah, Mann. Och. Alter, das ist Pro-Gaming, was ich hier gerade betreibe. Mann! Och, nee. Unknown Slider 6. Kennst du den Unknown Slider 7 noch? Nee. Ah, so eine Wichsgurke. Scheinen wohl Kumpels zu sein. Gib mir die Marke. Scheiße. Der muss wohl auch da drin sein. Wenn der auf dem ersten Platz ist, dann weiß ich ungefähr, aus welcher... oder in welcher Gruppe der ist. Ach, Scheiße. Ha! Neifer! Scheiße! Scheiße! Immerhin habe ich noch gekriegt. Glaube ich. Zumindest. Nein, 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 kein Hälso. Ach, Scheiße. Ich habe so überlebt. Ich bin nicht und ich habe gerade gegnerlich abknallen wollte. Ich habe so überlebt. Hm. Ich habe recht lange das Feuergefecht ausgehalten. Ich laufe rum und finde keinen. Und wenn ich einen finde, bin ich tot. Ich sehe welche und die würde ich ganz gerne abknallen. Oh, einen habe ich getötet, dann würde ich gleich getötet. Ich habe schon sieben Kills. Nein! Fünf mehr als du. Habe ich überhaupt schon jemanden getötet? Zwei Stück, glaube ich, gell? Ja. Ach, ich bin gut. Progaming. Oh, ich schwöre, Alter, ich mache euch alle krankenhaus. Ja, irgendwie ja nicht, oder? Oh, ich glaube, da regt sich gerade jemand richtig auf. Ja, geh lieber ins Bett, weil es ist schon spät. Deine dreckige Mutter. Ha, nee. Meinst du mich? Nee. Ja, bitte. Ja. Das war zweifellos gute Arbeit. Mach mal Lobbywechsel. Warum? Ich war so gut gerade. Ach, ich habe es echt vergessen. Okay, hier ist einer Spastis. Cool. Okay, Level 39. Ja, Newtown. Passt ja für die Abschlussfolge. Gut. Morgen Abschlussfolge oder demnächst. Ich weiß nicht, wann ich die hochlade. Und dann sehen wir uns. Tschüssi. Was siehst du hier? Du siehst hier die Endcard von meinen Videos. Unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar. Auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar. Schreib mir PNs oder sowas, was du gut findest, was nicht. Liken, abonnieren, irgendwas. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Freut mich, wenn du wieder dabei wärst. Bis zum nächsten Mal.